Wenn dein Leben auf einmal zum Schatten wird. Am 6. August 1945 warfen die Vereinigten Staaten von Amerika eine Atombombe über die japanische Stadt Hiroshima an. Von einigen der 80.000 Menschen, die dort ihr Leben verloren, bleibt nur ein atomarer Schatten. Die Bombe verursachte eine Explosion mit Temperaturen über 6000 Grad und zerstörte in weniger als einer Millisekunde. Alles im Umkreis von zwei Kilometern. Das Licht und die Hitze der Bombe waren so extrem, dass die freiliegenden Flächen der Stadt ausblichen. Außer dort, wo gerade eine ahnungslose Person in den letzten Momenten ihres Lebens das Gebäude den Bürgersteig oder die Brücke mit ihrem eigenen Körper schützte.